Musik Majestätisch thront das Bauernhaus über das Berner Operland. Als Wörfs-Beischau hat der Architekt Sven Stucki aus dem alten Gebäude gearbeitet. Wir hatten den Auftrag, das 100-jährige Bauernhaus umzubauen. Das wurde in den 70er Jahren schon einmal umgebaut, aber eigentlich verbaut. Und unser Auftrag war, das wieder zurückzubauen in die ursprüngliche Art, aber natürlich modern 2014. Um dem Bauernhaus ein frisches Gesicht zu geben, braucht es aber zuerst einmal Pläne. Grundrisspläne, Quirschnitt- und Fassadenpläne. Die HMQ kam für uns sofort in Frage, ob wir die Möglichkeit gar nicht hatten, auf dieser Höhe von 12 Metern Sparanlagen zu messen oder Dachwirsten. Mit unseren Mitteln wäre das viel länger gegangen. Und man hat viel mehr Zeit gebraucht und auch die Bearbeitung im CAD. Das liefert uns das Heimkümer sehr schnell und speditiv und auch unkompliziert. Sofort hervorragende Pläne. Musik 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 Musik